Ich hab das Gefühl, die SFX-Sounds sind zu laut. Komm, wir machen einfach gar keinen Fortschritt, sondern wir regeln das Spiel erstmal. So, nein, ja. So ist doch schon viel besser. Das darf ich zwar ein bisschen schneiden danach, aber das ist es, glaube ich, wert. Wow, euiui. Ich würde mir jetzt Geld holen, aber das wäre unmoralisch, was? Nein! Genau, und zwar will ich bei dir jetzt gerade eine Mission machen, du Idiot. Genau, vergiss den fetten Bauern und geh lieber mit Roman aus. Self this shit! Nee, keine Ahnung. Ich hoffe, ich denke darüber später, das mit E zu machen. Welcher Idiot hat er gepackt, ey? Welcher dumme Vollpfosten. Hustus! Ihr rastet mir viel zu sehr aus im Radio. Okay, Notiz an mich, nächstes Mal doch krasse Musik einfügen. Ist besser. Ist besser für alle Beteiligten. Ah. Roman wird noch so viel Spaß haben mit uns, wenn wir jedes Tag von ihm einfach zu Schrott fahren. Wenn wir jetzt einfach zu Schrott fahren, wie wir alten Opfer. Weltklasse Wende, ey. So muss eine Wende aussehen, ganz ehrlich. Bam! So, ich habe auch Feedback bekommen, dass der Dialekt wirklich nervt, wie ich es gedacht hatte. Deswegen lasse ich es auch so leiden jetzt. Ich wüsste momentan auch gar nicht mehr, wie der geht. Und ich will auch gar nicht drüber nachdenken, weil sonst fällt es mir am Ende noch rein. Sorry, ich muss nur kurz wen anrufen. Kein Problem. Oh, ihr seid im Weg. Oh, ihr seid alle im Weg. Ach, ihr Wichser, ey. Totales Verkehrskastik. Weißt du, ich kann nicht mehr was für. Ich werde euch einfach alle verklagen. America-Style, Junge. Das sind interessante Radioprogramme. Okay, Notiz an mich. Nächstes Mal unbedingt Custom Music einfügen. Die arme Wand, ey. So. Dann versuchen wir richtig loszulegen und... Danke. Ja, schauen wir nach. Mann, sind wir gut. Scheiße, sind wir geil, ey. Ich glaube, das habe ich mir aber auch verdient, nachdem ich es immer und immer wieder verkackt habe, diese Mission. Und es wird... Ja gut, dann erzähle ich halt nicht. Dürfen wir jetzt so. Ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte, also fahren wir ins Ziel. Jetzt weiß ich wieder, scheiße. Fainspray, ja. Ähm. Und zwar... Es werden noch eine Missionen kommen, womit Cheaten gar nichts bringt. Unter anderem eine Mission, wegen der ich das Spiel nie zu Ende gespielt habe. Soll ich sagen, was es ist? Ich glaube... Hm... Wir fahren mal zu Roman. Ähm. Ich sage es einfach mal, der Banküberfall später, da wäre ich... Da habe ich an der PS3 so verkackt. Ich hoffe, dass es auf PC besser geht. Also, verkackt heißt, ich habe immer verloren. Und ich habe es nie geschafft. Nie geschafft. Nie geschafft. Zu lockerer Jazzmusik. Weißt du, das ist doch mal ein gutes Musikprogramm. Ich hoffe, diesmal parkt nicht wieder so ein Arsch davor, dass wir nicht rauskommen. Ich gehe in die Stadt. Ich weiß nicht, ob die Brücke ist, wenn die Brücke ist, du bist ein Fahrzeuggerät. Hey. Hallo, Roman Bellic Unterprises. Nein, Herr Bellic ist weg von seinem Office. Kann ich eine Nachfrage nehmen? Okay, gut. Nein, ich bin nicht gut. Ja. Ich werde ihm sagen. Car 7, gehen zu den Südlapen. Komm, wo bist du, Mohammed? Hallo, Roman Bellic, Südlapen. Shit, fucking Badry, das ist Chaos! Capitalism ist ein Dirty Business. Ja? Wie in der Krieg? Nicht genau. Nein, vielleicht nicht. Wenn du mir richtig erzählst, was passiert? Ich werde dich nicht beurteilen. Wenn du Zeit hast. Da, ich habe Zeit. Einmal Zeit. Kann ich mir helfen? Okay, ja. Geh, mein Freund, Jacob. Er ist ein guter Mann. Er möchte ein bisschen smocken. Schau nach ihm. Er ist auf 8 Avenue in Südlapen. Nico, Mann. Wir sollten mal ein paar Mal sprechen. Ich bin ein guter Liesner. Alles klar, Mann. Mohammed, was ist der F***er? Oh, Miss Weinstock? Nein, 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 nicht du. Was ist das für dich? Sorry, du bist los, Alter. So. Pick up, little Jacob. Und ich suche jetzt mal ein Taxi, weil ich will es wissen, danke. So. Coo, nein. Okay, wir googeln jetzt. Taxi einsteigen GTA 4. GTA 4. Taxi einsteigen. Okay, da haben wir was. Aha, aha. Okay, entweder es geht oder es geht nicht. Nein. Ah, Dankeschön. Nein, warte. Okay, wir können es anscheinend noch gar nicht. Mit E würde man die ran pfeifen und mit F fahren, aber anscheinend geht es noch gar nicht. Also geben wir uns mal das Taxi aus, komm. What could possibly go wrong? Oh, hallo, Herr Polizeimann. Ich sehe da keine Probleme mit dem Gesetz. Komm, ihr müsst doch... Komm, nur einen guten Sender. Naja, das ist doch... Das ist doch... Naja, naja. Naja, ist ja auch egal. Hey, Jacob, wir können Auto fahren. Ich glaube, er hat uns gehört. Genau, ich weiß ja, wo es lang geht. Genau. Mir wurden auch schon gesagt, meine Fahrzeuge älter sind. Na ja. Naja. Respekt. All right, all right. We're going to this spot, where I need it to wait, we're saying. I got to action on the favor, too. So fun. Can you take this piece? Is anything bad going down? Do you come and help? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watching things. Grailness, brother. There my man Romans comes, Thanks. Okay, Roman hätte auch hier, hoffen wir, du hast es verkackt, mal ehrlich. Der hat doch keine Ahnung von dem ganzen Scheiß, von dem ganzen Business, von dem Street-Business, ja? Das können leider nur wir. Wie steige ich aus, F? Wusste ich. Es war ein bisschen peinlich, ja. Oh, ich habe ja einen Cheat aktiviert, richtig. Ja, das ist jetzt interessant. So, aber ich glaube... Nein! Welcher hat er mir gegeben? Ich weiß es doch nicht. War es die oder Schrottflint oder hier Stieder oder ein Baseball? Naja, Baseballschläger vielleicht eher nicht. Ich gehe links, okay. Und... Ah! That escalated quickly, so. Hallo, bleibt mal stehen. Bam. Ähm... Nicht einpissen. Und nicht ein... Ach, das war meiner. Scheiße. Äh, wusste ich. Ups! Ja, das waren alle. Ärm nachzuladen. Gut. Und... Nose-Shot! Noch jemand? Ach, der ist noch nicht tot. Ja, was für ein Wichser, ey. Willst du mich ficken oder so? Ja, klar. Gerade erst mal angeschossen. Schusswunden und alles. Nee, komm, lass mal weiterfahren. Wir haben Business zu erledigen oder was? Ja, klar. Also, wir erledigen praktisch die Drecksarbeit. Nein, 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 nein. Boah! Wir erledigen die Drecksarbeit. Und kassieren dann ordentlich dafür ab. Ich finde das fair. Wir brauchen Roman eigentlich gar nicht so richtig. Naja, okay, für die... Für ein paar Kontakte. Aber sonst... Können wir auch wieder den Tick rausbringen und er bleibt halt einfach down. Yes, dankeschön. Endlich mal wieder eine Mission. Richtig, oder? Okay, naja, richtig ist Ansichtssache, weil wir hatten gecheatete Waffen. Egal. So, sag an, was ist an? Was steht an, yo? Bam, 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 bam. Okay, nächste Mission. Achso, wir haben jetzt einen Jacob. Okay. Komm, nein, mal die alte Sau. Hast du einen Job für mich? Ich brauch Geld. Hey, hey, it's Nico. Roman's cousin. Yo, Nico, mein Freund. Wo ist es? Wie geht's? All right, man. Ich bin an einem neuen Platz, you know. Hast du noch Arbeit gemacht? Oh, jemand braucht es noch einen Jacob. Komm, ich bin an meinem Platz, man. Dylan's. Wo ist es? Okay, wo lang? Da. Wow, aber so ein Zufall, dass genau das immer was zu tun ist, ey. Passend dazu die Frage, wie passiert an einem Tag so viel, dass jede Zeitung immer voll wird? Macht euch mal drüber Gedanken. Oder so ähnlich. So, aber auch natürlich hier auf der Karte gekennzeichnet, uiuiui, gekennzeichnet, zu wem welche Mission führt hier? LG, äh, LJ, Little Jacob. Concrete Jungle. So, sag an. Ich glaub, die Klingel ist kaputt. Oh, da, da ring me best, da. Oh, da. Uh. It's Niko. Niko? Ja, me blitzed hard last night, you know. Me soon come, yo. Das war, da. What? Oh, 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 I'm Niko. Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Eh. He's okay. Eh. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Tch, tsch, tsch. Tch, tsch. I promise I'll come for to a fool in on the car. A boy for a creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Natürlich kann ich fahren, weil du kannst ja scheinbar nicht. Wissen wir. Schön erstmal noch eine Lebensweisheit mitgenommen am Anfang. Man muss erst krabbeln, bevor man läuft. Ich glaube, das ist eine große Entdeckung, die wir ja mit all unseren Mitmenschen teilen gutten. Hm. I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, eh? So what's the deal? Builin' some curry up on new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but... I made a parent that I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbo-shaus Tchelagku. Badmone known them a long time, but... Uh-huh, uh-huh. This goes wrong. So, Telefon-Britzel-Britzel und we-au! So entspannter Ragging-Musik, wickeln wir ne Deal ab BAM 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 Hallo? Hast du eigentlich Bock? Die Steuerung von dem Wagen ist ja behindert, das muss an den Drogen liegen, ey. Das Auto hat Drogen genommen. Alles klar, Bruder, alles klar, Bruder.